Hallo ihr Lieben, hier ist Armin Staudt mit einem Photoshop Tutorial. Gestern gab es ja wieder ein neues Webitorial von Rick Maschke mit dem Gastdozenten Armin Staudt, das bin ich. Und wir haben gesagt, stellt doch einfach mal Fragen über das Thema Masken und das habt ihr auch ausgiebig gemacht. Und da gab es auch einen kleinen Part über verschachtelte Masken bzw. doppelte Masken. Und ich will euch heute nochmal zeigen, wie mächtig das ist, also wie mächtig Masken an sich sind und warum das überhaupt Sinn macht, Masken zu verschachteln. Das bedeutet, dass man Masken einfach einzeln steuern kann oder bestimmte Teile von Masken einzeln steuern kann. Wir fangen mal ein bisschen theoretisch an. Ich mache mal einfach eine neue Datei auf, die einfach weiß ist. Da hauen wir uns jetzt eine Farbfläche rein. Das ist jetzt auch völlig egal, was wir da reinhauen. Hier haben wir eine Maske und jetzt werde ich einfach einen schwarzen Pinsel nehmen mit 100% und hier eine 1 reinmalen. So, da ich jetzt hier in der Maske mit schwarz gemalt habe, kommt der Hintergrund wieder zum Vorschein. Also haben wir hier eine 1. Wenn ich jetzt diese eben in einen Ordner packe, da eine Maske dran packe und da eine 2 reinmale in die Maske, dann sehen wir hier eine weiße 2. Das können wir irgendwie nochmal machen. Dann male ich hier in diese neue Maske von der obersten Gruppe eine 3 rein und dann haben wir 1, 2, 3. Das Ganze hätte ich auch auf einer Maske machen können. Das hätte aber den Nachteil, dass ich jetzt die 3 nicht rausschalten könnte oder die 2 oder alle 3. Sondern ich könnte mir jetzt einfach auswählen, dass ich nur die 2 sehen will. Das macht durchaus Sinn. In diesem Beispiel natürlich nicht. Außer ich wollte jetzt diese 3 Zahlen einzeln steuern. Aber ihr seht, wie einfach das ist. Wir haben jetzt 3 Masken und diese 3 Masken wirken aber wie eine Maske. Mit einer Maske kann man immer nur etwas wegnehmen. Das heißt, wenn ich hier was wegnehme, nehme ich eine 1, dann kommt der weiße Hintergrund zum Vorschein. Und hier was wegnehme und da was wegnehme, wirkt das wie eine einzige Maske. Aber ich habe die Maske in 3 Teile zerschnitten sozusagen und deswegen kann ich das einzeln steuern. Das packen wir jetzt mal weg, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt wollen wir einfach mal irgendein Beispiel machen. Und das Beispiel ist einfach so eine Doppelbelichtung. Wir machen einfach mal eine Doppelbelichtung mit einer Maske. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in dieses wunderschöne Tempelhofer Feld Landschaftsbild rüber, holen uns die Kanälepalette, machen einen Befehlsklick, also Command auf Mac, Steuerung auf dem PC, machen einen Befehlsklick da drauf und kriegen hier eine Auswahl. Und diese Auswahl, die hängen wir jetzt als Maske an eine Gradationskurve. Hallo, Gradationskurve, okay. Wenn ich mit einem Altklick hier in die Maske reingehe, dann seht ihr, dass wir jetzt einfach nur eine schwarz-weiß Darstellung unseres Bildes haben, die jetzt quasi hier in dieser Maske drin ist. Das ist einfach nur eine Luminanzmaske. Und diese Ebene, die holen wir uns einfach mal rüber in das andere Dokument, lassen die da fallen. Und was passiert? Gar nichts. Es passiert deswegen gar nichts, weil wir hier an der Gradationskurve natürlich noch gar nichts gemacht haben. Wir haben zwar jetzt unsere wunderschöne Luminanzmaske hier hinten drin, aber es ist ja nichts passiert. Die Gradationskurve steht auf Null, also können wir auch überhaupt keinen Effekt dieser Maske sehen. Also diese Maske nimmt ja was weg. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich werde jetzt einfach mal die Gradationskurve hier stark aufhellen. und dann sehen wir plötzlich unsere Landschaft auf dem anderen Bild drauf. Das heißt, so mächtig sind Masken. Das heißt, dass ich jetzt diese Luminanzmaske, dadurch, dass ich an der Gradationskurve etwas verändert habe, komplett sichtbar mache. Das heißt, wir haben jetzt ein zweites Bild innerhalb unseres Bildes drin. Das bedeutet, dass so eine Luminanzmaske oder auch eine Kanalmaske, müsst ihr eigentlich behandeln, als wäre es eine richtige Pixelebene. So, also so sollte man darüber auf jeden Fall nachdenken. Dann kommt man auf ganz neue Techniken. Damit das Ganze so ein bisschen besser passt farblich, ziehen wir da jetzt mal so ein bisschen rot raus. Dann wird das Ganze mehr zieren. Dann wird es vielleicht etwas deutlicher und haben jetzt eigentlich eine Doppelbelichtung. Natürlich brauche ich bei einer Doppelbelichtung jetzt auch den Umriss von dieser Figur, damit das Ganze Sinn macht. Man könnte das natürlich jetzt so lassen, wenn einem das gefällt, aber wir wollen ja jetzt mit doppelten Masken spielen. Das heißt, dass wir jetzt hier irgendwie noch ein bisschen was mehr machen müssen. Ich mache jetzt mal diese Ebene aus und dann wollen wir jetzt mal gucken, ob wir hier eine Auswahl von unserem Motiv bekommen. Dazu nehmen wir jetzt einfach mal das Schnellauswahlwerkzeug, und zwar dieses neue Objektauswahlwerkzeug mit Lasso. Und dann mache ich jetzt hier mal so eine Lasso-Auswahl, damit gar nicht Photoshop darüber nachdenken muss, was das eigentliche Motiv hier in unserem Bild ist. Und dann haben wir jetzt hier eine wunderschöne Auswahl. So, diese Auswahl müssen wir natürlich noch bearbeiten, weil wir haben ja jetzt hier Haare und so. Das heißt, dass ich jetzt mit Befehl Alt und R in den Auswählen und Maskieren Dialog gehe. Oder ihr klickt einfach hier oben drauf, könnt ihr auch machen. Ich nehme hier mal den Kurzbefehl, ich finde das cooler. Dann holen wir uns jetzt hier dieses Kante-Verbessern-Werkzeug und malen einfach mal über die Kante rüber, so bis alle Haare wieder sichtbar werden. So, das müsste reichen. Oh, hier habe ich was vergessen, offenbar. So, jetzt können wir auch gleich das neue Feature mal ausprobieren. Wir können ja hier mal ein bisschen näher reingehen. Das ist nämlich jetzt 2021 Photoshop, farbbasiert. Das heißt, da haben wir ja noch ein paar mehr Haare, aber vielleicht auch ein bisschen mehr Himmel drauf oder objektbasiert. Ich glaube, ich würde mich jetzt hier für objektbasiert entscheiden. Wir machen jetzt auch keine wirkliche, richtige, dolle Freistellung, weil der Himmel soll ja nachher in dieser Silhouette drin sein. Die Frage ist, wie kann der Himmel in diesen feinen Härchen drin sein? Bringt das überhaupt was? Das werden wir dann sehen, sobald wir jetzt hier diese Auswahl als Maske verwendet haben. So, wo können wir denn jetzt diese Auswahl verwenden? Ich werde jetzt mal Folgendes machen, weil wir diese Auswahl jetzt zweimal brauchen, weil ich muss das ja demonstrieren, wie das funktioniert, werde ich diese Auswahl erst einmal zwischenspeichern. Eine Auswahl zwischenzuspeichern macht man am besten, indem man sich irgendeine Korrekturebene hier oben holt. Dort wird ja dann die Auswahl als Maske angehängt und diese Maske oder diese Auswahl von der Maske, die bekomme ich jederzeit wieder, indem ich einen Befehlsklick auf die Maske mache und dann habe ich sofort meine Auswahl wieder. Das ist einfach der schnellste und coolste Weg, um mal eben eine Auswahl zu speichern. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Wir könnten natürlich klassischerweise Folgendes machen. Wir nehmen jetzt diese Auswahl hier, gehen mal mit einem Altklick in diese Maske und überlegen mal, was wir eigentlich machen könnten. Wir müssen ja jetzt eigentlich alles außen, müssen wir jetzt eigentlich schwarz füllen, damit das nicht mehr sichtbar ist. Das heißt, unsere Auswahl ist jetzt falsch rum. Wir brauchen jetzt quasi das Gegenteil von dieser Auswahl und das macht man einfach, indem man die Auswahl umkehrt. Der Kurzbefehl, den sollte jeder kennen, der ist ganz wichtig, ist Befehl, Shift und I. Jetzt haben wir die Auswahl umgekehrt und könnten ja jetzt alles hier schwarz füllen und dann wäre ja nur noch der Umriss mit der Landschaft hinten zu sehen. Das können wir jetzt einfach mal ausprobieren, indem wir hier die Gradaktionskurve anschalten. Das hat ja auch funktioniert. So, jetzt habe ich aber einen folgenschweren Schritt vergessen. Ich habe ja diese Landschaft einfach nur hier eingefügt. Ich habe die noch gar nicht verschoben oder so. Also zum Beispiel der Horizont hier stimmt ja gar nicht. Wenn ich das jetzt machen will mit einem Verschiebentool, ich hole mir jetzt mal das Verschiebentool und verschiebe jetzt einfach mal das, dann seht ihr Folgendes. Ich verschiebe nämlich die komplette Maske. Ist ja logisch, oder? Ich verschiebe die komplette Maske, das heißt, dass ich diesen Umriss mit verschiebe. Das heißt, sobald ich eine Maske so bearbeitet habe, wie wir es eben gemacht haben, kann ich diese Maske nicht mehr sinnvoll verändern. Das heißt, ich kann die nicht mehr skalieren oder verschieben, weil ja dieser Umriss sich jetzt mitbewegt. Das bedeutet, in diesem Moment brauche ich wirklich eine zweite Maske, die getrennt ist von meiner ersten Maske. So, das machen wir jetzt mal. Das heißt, das wäre jetzt die ganze Geschichte nochmal rückgängig machen, ein paar Mal. Wie weit muss ich da gehen? Warte, noch einen, genau. Jetzt haben wir wieder unsere ursprüngliche Luminanzmaske hier. Und sonst ist ja noch nichts passiert. Wir machen das jetzt mal wieder an, packen das ganze Ding mit Befehl und gehen in eine Gruppe und ziehen uns jetzt diese Maske von hier oben mit der Alt-Taste. Ich kopiere die jetzt einfach mal hier rein und schon hat das funktioniert. Jetzt kann ich ja nach hier unten gehen, also auf diese Ebene und mit dem Verschieben-Tool das beliebig verschieben, aber der Umriss bleibt dort stehen, wo er stehen bleiben soll. Nämlich, weil er hier oben getrennt ist. Dieser Umriss ist getrennt von meiner eigentlichen Luminanzmaske. Das heißt, der bleibt da stehen, wo er steht. Das heißt, ich kann jetzt dieses Bild so verschieben, wie ich will. Das heißt, wir ziehen jetzt einfach mal diese Landschaft so, dass der Horizont so halbwegs stimmt. Vielleicht wollen wir das ja auch noch skalieren, weil uns die Wolken jetzt zu groß sind. Wir brauchen nur noch mehr Details oder so. Machen wir mal sowas in der Art. Ziehen das hier so hin, dass der Horizont so halbwegs stimmt. Ich meine, das soll ja jetzt keine ernsthafte Bildbearbeitung sein. Das soll jetzt nur das Beispiel zeigen. Jetzt haben wir folgendes Problem. Währenddessen werden wir uns das mal genauer angucken, dass diese Landschaft hier nicht in diese Haarspitzen mit reingeht, sondern dass es hier so harte Brüche gibt. Das hat nichts damit zu tun, dass unsere Maske, also unsere Umrissmaske so schlecht ist, sondern einfach, weil diese Details passen da nicht mal so rein, dass man das irgendwie gut sehen könnte. Deswegen wäre es für mich eine gute Idee, diese Maske hier weich zu zeichnen. Ich gehe mal auf ein anderes Werkzeug, dass wir diesen blauen Rahmen nicht immer sehen. Das heißt, wir zeichnen die jetzt einfach mal weich. Jetzt ist das mit den Haaren viel besser, weil das hier so ausgefadet ist, aber wir haben jetzt folgenden Effekt. Diese Weichzeichnung geht nämlich in beide Richtungen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in die Maske reingucke, die Weichzeichnung mal wegnehme, das ist die scharfe Maske, das ist die weich gezeichnete Maske. Das heißt, diese Weichzeichnung geht in den Hintergrund mit hinein. In diesem Moment, wo sie mit in den Hintergrund hineingeht, diese Weichzeichnung wird unser Hintergrund wieder sichtbar. Das heißt, der Hintergrund ist jetzt in diesem Falle die Maske mit den Wolken. Also die sieht man jetzt hier wieder, die über den Umriss hinausgeht. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und das ist ganz einfach. Wir packen nämlich jetzt diese Ebene hier nochmal in eine Gruppe rein, duplizieren uns diese Maske von hier unten und nehmen da die Weichzeichnung raus. So einfach kann das Leben sein. So, jetzt nochmal von der Hierarchie her. Wir haben hier unten unsere Luminanzmaske. Die Luminanzmaske wird eingegrenzt von dem Umriss, den ich allerdings jetzt weich gezeichnet habe, damit die Haare hier besser reinpassen. Ich kann ja nochmal den Unterschied zeigen. Ohne. Hier haben wir jetzt so harte Brüche. Wir brauchen hier eine starke Weichzeichnung in der Maske, damit das nicht so harte Brüche sind. Okay. So, die würde jetzt aber normalerweise, wenn ich mit dem Shift-Klick die obere Maske jetzt ausmache, würde diese Weichzeichnung mit in diesen Hintergrund reingehen. Das heißt, dass wir unsere Wolkenlandschaft jetzt hier wieder sichtbar gemacht haben. Ja, das ist aber sehr unschön. Und um das zu vermeiden, haben wir jetzt diese Ebene nochmal in eine Gruppe gepackt und dort oben diesen scharfen Umriss nochmal drauf gemacht. Das bedeutet, dass dieser Umriss ja alles, was jetzt über diesen Umriss hinausgeht, also ins Schwarze geht, das wird jetzt abgedeckt. Also, erinnert euch mal dran, bei den 1, 2, 3 war das ja so, dass diese Masken alle wie eine Maske wirken. Die addieren sich alle. Also das Schwarz addiert sich sozusagen. Überall, wo irgendwas in einer Maske schwarz ist, wird das auf jeden Fall abgedeckt. Und überall, wo in allen drei Masken irgendwas heller als schwarz ist, wird das abgebildet. So, da muss man sich mal kurz Gedanken drüber machen und dann versteht man das. Also, wir haben eine Landschaft. Die wird eingegrenzt von einem unscharfen Umriss und der unscharfe Umriss wird eingegrenzt von einem scharfen Umriss. Jetzt können wir ja sagen, wir übertreiben das jetzt einfach mal. Wir möchten jetzt aber nicht, dass diese Wiese hier mit diesem schwarzen Bruch noch sichtbar ist. Also machen wir das weg. Anstatt jetzt hier oben in diese Maske reinzumalen, packen wir das Ganze nochmal in eine Gruppe rein und machen dann nochmal eine neue Maske rein und ziehen jetzt einfach mal mit einem Auswahlrechteck, ziehen wir uns jetzt mal hier so eine Auswahl. Mit Befehl CTLT kann ich eine Auswahl bearbeiten. Das heißt, dass ich mir jetzt diesen Rahmen hier einfach nochmal so mache, wie ich den brauche, bestätige das mit Enter und werde das jetzt einfach mal mit der Alt- und der Delete-Taste, weil schwarz im Vordergrund ist, in die Maske einfügen und die Auswahl mit Befehl und D aufheben und auch diese Maske einfach ein bisschen weichzeichnen. Weil diese Kante hier, die ist natürlich jetzt viel zu hart, wir werden die jetzt so lange weichzeichnen, bis diese Kante genauso unscharf ist, wie der Horizont von unserer Landschaft. Also ungefähr sowas hier. Und jetzt könnte ich immer noch, wenn das nicht passt, könnte ich immer noch hier unten reingehen und mit dem Verschieben-Tool und den Pfeiltasten zum Beispiel das hier nochmal einstellen. Also ich kann jetzt hier unten einfach diese Wolkenlandschaft, ich mache das nochmal ein bisschen kleiner, die kann ich verschieben, wie ich will, die kann ich skalieren, wie ich will, kann da, ja, das heißt, der Umriss, der unscharfe Umriss, der scharfe Umriss und dieser schwarze Balken hier, die werden davon nicht beeinflusst. Das heißt, ich kann hier ganz frei arbeiten und meine Komposition machen, wie ich möchte. Und das habe ich jetzt dadurch erreicht, dass ich jetzt diese Masken dreimal verschachtelt habe. Diese Ebene brauchen wir nicht mehr. Das heißt, das wäre jetzt eine ganz, ganz einfache Doppelbelichtung mit einer dreifach verschachtelten Maske. Das kann man natürlich auch total übertreiben. Ich könnte jetzt da noch zehn Ordner mit zehn Masken dranhängen, um irgendwas einzeln zu regeln oder so. Sollte man im Alltag nicht machen, ist dann viel zu kompliziert. Das hier ist jetzt schon so kompliziert, würde ich sagen, so dreifach verschachtelt, sowas würde ich normalerweise auch nicht machen. Normalerweise habe ich eine Ebene, da ist ein Ordner dran mit noch einer Maske und das war es normalerweise. Aber da wir jetzt diese hier weichzeichnen mussten wegen den Haaren, war diese scharfe Maske oben drüber nochmal erforderlich. Und für den Horizont unten nochmal dieser Balken hier. Ist doch wunderbar oder ist ja im Grunde ganz easy, wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, dass sich verschachtelte Masken zu einer Maske sozusagen addieren, aber trotzdem getrennt regelbar sind. Die kann man also alle ein- und ausschalten oder nochmal getrennt skalieren oder verschieben, wie man will. Und das ist eine wunderbare und ganz einfache Technik im Grunde. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Armin Staub.